Ansteckend. Es ist einfach nur ansteckend, so krank zu sein. Ansteckend. Wie meine Schwester Angela. Aber so haben meine Eltern sie gezichtet. Wann haben wir das denn besprochen? Das sollte eigentlich eine Überraschung sein. Apropos Überraschung. Der eigentliche Grund, warum ich heute hier diesen Tisch... Ja, aber ich hab doch noch bestellt und zwar, weil... Aber ich wollte heute mit dir hier hin... Ja, und wenn ich ihn nicht reserviert hätte, dann würden wir jetzt an der Pommesbude stehen und Rot-Weiß essen. Entschuldigung bitte. Ja, du hast gerade eben gesagt... Sag mal, macht deine Chefin nicht mal Feierabend? Ah, die Luft schritt es lieber aus wie eine Kabel Sonnentüte. Ja, und wer es mit sich machen lässt. Das hat gerade der... Ich bin ja so gemütlich. Ja, ich bin ja so. Gibt's nicht ein Lied mit diesem Titel? Keine Liebe mehr, weil ich sie nicht verdiene. Als ob ich sie jemals kennengelernt hätte. Doch. Doch, ich hab sie kennengelernt. Doch, ich hab sie kennengelernt.